Ja hallo ihr Lieben, Christian Schumacher, Vaterholz, Beziehungscoach und so weiter und so fort. Erstmal aus Italien wieder da und ihr flutet uns ja gerade mit Videoanfragen und allen möglichen Kursen und Wahnsinn, was ist los hier im Sommer? Ist das sonst immer so ruhig? Ja genau, wir haben heute mal eine Frage so zum Thema Dating, neue Beziehungen und wird wieder darum gehen, worum ich mal sagen muss, man muss manchmal einfach so eiskalt sein beim Dating und nicht immer, weiß ich nicht, nicht immer noch eine Chance, noch eine Chance. Werden wir mal wieder beleuchten. Diesen Monat geht los, Selbstliebechallenge Advanced und Wohlfühlchallenge. Guck mal in die Libeship App rein und wir werden wahrscheinlich bald die Kurse umstellen, dass sie nur noch 24 Monate verfügbar sind. Das gilt aber nicht für die, die man schon bis dahin gekauft hat. Vielleicht auch eine Überlegung wert. Die Gründe kann ich irgendwann mal sagen, also teilweise, weil viele Accounts weitergegeben werden und so weiter und so fort. Wie auch immer, kann ich noch mal irgendwann erzählen. Aber jetzt gehen wir erstmal in die E-Mail von Rastneskola und sie schreibt, hallo lieber Christian, vielen Dank für deine Arbeit. Sie hat mich schon einigen Beziehungsfragen weitergebracht. Kurz meine Vorgeschichte, Anfang 40 und da habe ich mich vor zwei Jahren vom Vater meiner Kinder getrennt. Beziehung dauerte über 20 Jahre. Jung zusammengekommen, mein Ex-Mann hat starke narzissische Züge. Letzten Jahre waren unerträglich. Manipulation, Schuldumkehr, Gaslighting, Lovebombing, Streits. Irgendwann habe ich nicht mehr mitgespielt. Ich ging durch eine psychische Hölle, bis ich mit letzter Kraft ausgestiegen bin. Die erste Zeit nach der Trennung war sehr, sehr hart. Immer wieder konnte er mich umstimmen bei Trennung Nummer 3, endgültig Schluss. Nach drei Wochen Honig ums Maul spielen, gab er auf. Und seine gesamte Energie ist den Hass übergeschwappt. Ja, so ist das dann immer. Sehr lustig. Aber man lernt Leute auch nicht immer erst kennen, wenn man sich von ihnen trennt. Die Monate danach fürchterlich mit Hilfe der Greyrock-Methode, habe ich auch ein Video drüber gemacht, und totales Ignorieren seiner Worte und Handlungen und so weiter, habe ich mal einen Frieden gefunden. Nach ein paar Monaten hat mein Ex eine neue, mit der er schon immer noch zusammen ist. Womöglich kennt er sie schon vorher? Whatever ist nicht mehr dein Problem. Ich habe immer mehr das Gefühl, er hat mich zur Trennung getrieben, um als armes Opfer mit reiner Weste aus der Beziehung aussteigen zu können. Ja gut, das ist ja auf jeden Fall so ein sehr toxisches Spielchen, sich einfach komplett daneben zu nehmen. Und wenn man Grenzen zieht, dann ist man selber, dieses Grenzen ziehen, ist dann das Gemeine. Aber was soll's. Man kann, solche Diskussionen kann man nicht gewinnen. Man kann sie einfach nur rausziehen, ne, aus dem Ganzen. So, ist auch egal. Ich könnte ihm sein Glück und habe in den zwei Jahren versucht, damit zu arbeiten. Wir ertragen uns auch einigermaßen jetzt wegen der Kinder. Viele deiner Videos, nice, geiles Leben, bisschen Online-Dating, eine unkomplizierte Freundschaft plus ließen mich wieder Freude und Energie finden. Also gerade, wenn man solche Beziehungen hinter sich hat, wo man vielleicht sagt, Mensch, das war ein Narzisst oder jemand mit narzisstischen Anteilen. Ich kann euch wirklich nur raten, ich kann euch wirklich, wirklich ganz ernst gemeint noch raten, macht wenigstens Modul 1, ne, Umprogrammierungsliebeschips. Weil man denkt, so man hat's gerafft und man kommt dann sofort hier in die nächste Scheiße rein, weil, ja, das reicht einfach nicht, einmal drüber nachgedacht zu haben. Man muss wirklich diese Gewohnheit, solche Menschen zu daten, muss man wirklich mit Stumpf und Stil ausrotten. Und deswegen sage ich manchmal schon, man muss meine Kurse eigentlich so fünfmal machen, damit man auch wirklich, weil vielleicht beim ersten Mal bleibt vielleicht nur 20 Prozent hängen, beim nächsten Mal vielleicht 40. Und gerade diese exakte Umsetzung der Kurse auch auch so präventiv, sage ich mal, sehr hilfreich, ne. So, ähm, gut, also jetzt geht's um den Neuen. Ne, es kommt wahrscheinlich immer Neues, genau. Erstes ernsthaftes Date nach zwei Wochen in den Wind geschossen, zu viele Red Flags. Ich war so stolz auf mich, danke Christian. Dann kam er im Internet kennengelernt. Ja, das geht ja schon mal gut los. Nach dem Match die erste Nachricht von ihm. Vorschlag zum Nummernaustausch von ihm. Erstes Date nach vier Tagen von ihm. Ich denke mir, bingo, er ist in der männlichen Polarität. Äh, Optik passt, die Chemie passt, die Interessen passen. Naja, gerade mit der Chemie, also, äh, falls man sein Beuteschema ändern will, darf man sich nicht so sehr auf die Chemie verlassen, so, ne. Also, das ist, ähm, viel Chemie heißt häufig, ähm, ähm, komplett auf dem Liebeschip, so, ne. Und wenn der nicht so gut gepolt ist, sag's immer wieder. Ähm, das ist nicht so, also, natürlich ist das wichtig, äh, männliche Polarität und der hat es auch alles richtig gemacht, ne. Ich verstehe das absolut. Ich sag nur, Vorsicht bei zu viel Chemie, so, ne. Nach, nach so einer Historie. Sonst ist es egal, wenn Mami und Papi euch immer rechtzeitig aus dem Kindergarten abgeholt haben und ihr habt immer, immer unproblematische Beziehungen geführt. Könnt ihr meinen Finger auch gerne auf Chemie verlassen, aber ansonsten immer mit so ein bisschen Fragezeichen, ne. Ähm, ähm, am dritten Date nehme ich ihn mit nach Hause und bin auf Wolke 7. Er ist, äh, zärtlich verschmuss, äh, spricht, äh, von den Weg von nun ab gemeinsam gehen. Also, wenn ich diese blumige, schwülzige Sprache schon höre, weiß ich schon, was kommt. Ich weiß, ich weiß einfach schon, was kommt. Also, es ist wirklich, das ist einer der unbekanntesten Red Flags, das ist wirklich diese, diese grässliche, sülzige Sprache, so, ne. Also, du, ach, weiß nicht, du versunkener Schatz im Meer meine Seele, du mein honiggeballter Schmetterling, von nun ab, von nun an gehen wir diese Reise gemeinsam. Das ist schon, das ist Lovebombing, ne, oft, vielleicht nicht immer, aber es ist eigentlich schon eine Alarmstufe orange, sag ich mal, ne. Wir wirken sehr vertraut. Okay, der Satz, äh, es fühlte sich an wie seelenverwandt, finde ich ihn doch übertrieben. Das hat er nicht gesagt, das hat er nicht gesagt. Also, ich kann euch wirklich, ich kann euch nur wirklich bitten, sobald irgendjemand sagt, seelenverwandt und ihr hattet mal irgendeine richtig beschissene Beziehung im Leben, wirklich rennt, so schnell ihr könnt, rennt, 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 wirklich, das ist, das ist, ich würde es mittlerweile fast gleichsetzen mit toxisch, ne, seelenverwandt, ähm. Naja, aber schon so Jackpot-mäßig, ähm, er telefoniert, er antwortet sofort auf Nachrichten, er verbringt ein bis zwei Tage die Woche bei mir. Diese erste Verliebtheitsphase dauert ganze drei Wochen, dann wird alles langsam und schleichend anders. Ja, wir reden ja in letzter Zeit häufig über die vier großen Dating-Grundsätze, ne. Wie lauten die? Ähm, Intimität sollte mehr werden, Konstanz, äh, also Kontinuität, Balance und Progredienz, das kann man schon mal sagen, keine Progredienz, es wird weniger anstatt mehr. Kannst schon einen Haken dran machen, ne. Muss man auch gar nicht so lange rumkaspern, ne. Also es sollte, das Interesse sollte größer werden und nicht kleiner, sonst hat man, äh, wieder so einen bindungsängstlichen Scheiß am Lauf, entweder von einem selber oder vom Partner oder von beiden, spielt alles keine Rolle. Ähm, er zieht sich zurück, Kuschelphasen, umarme und küsst sich und sind praktisch verschwunden. Also wir reden hier von drei Wochen und wir reden von Online-Dating. Was heißt das? Äh, wahrscheinlich hat er so einen Durchlauf, dass es einfach, äh, kannst ja froh sein, dass er schon drei Wochen hält, so ungefähr. Also das ist leider die Realität. Ich hab, ich hab das Spiel nicht gemacht, ich hab Dating, hab's nicht erfunden. So ist es. So ist es. Und wenn's anders wäre, wäre es anders. Und dann wäre, dann wäre er nicht nach drei Wochen so desinteressiert, so, ne. Offensichtlich, äh, braucht schon, äh, für den nächsten Dopamin-Ausschüttungen braucht es jemand anders, ne. Oder bist einfach nicht genug verliebt oder, 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 spielt keine Rolle. Ganz wichtiger Dating-Grundsatz hier, total verletzt, ne. Kannst einen Hack da machen, kannst eigentlich sagen, du, weißt du was, lass uns hier Freundschaft plus, wobei ja wahrscheinlich sowieso davon ausgeht, dass es Freundschaft plus. Also wenn ihr mit jemandem heutzutage, wenn wir mit jemandem, Bett-Sport habt und ihr wollt nicht, äh, dass der noch durch fünf andere Betten springt, ne. Da müsst ihr das thematisieren, da müsst ihr sagen, sind wir hier exklusiv, Bett-Sport-mäßig, ne. Das müsst ihr alles besprechen, so, ne. Dürft ihr euch nicht wundern. Gerade heutzutage, wo alles immer lockerer, flockiger wird und ja. So, Indoor-Olympics ist immer noch der Hammer, doch ich bekomme ja das Gefühl, nicht richtig nah zu sein, äh, er wohnt nach, ähm, zwei Kindern von zwei Müttern und noch zwei bis drei anderen gescheiterten Beziehungen, über die er sehr wenig erzählt. Grund wahrscheinlich, aber ist auch egal. Wieder zu Hause bei seinen Eltern. Ja, das ist aber sexy, sexy Typ, zu Hause bei den Eltern. Ja, das ist vielleicht doch nicht so polar. Ich meine, ich war ein bisschen gemein heute, aber ich frage ja nur für einen Freund, ne. Ist das Polarität? Bei Mami und Papi wohnen? Hm, ich weiß nicht. Also, es gibt für den erwachsenen Menschen jenseits der 35, der schon Beziehungen geführt hat, der Kinder hat, es gibt überhaupt keinen Grund, zu Hause zu wohnen. Wirklich nicht eins, sei denn die Eltern sind schwer krank oder ich weiß nicht, aber es gibt wirklich keinen fucking Grund. Sorry, ähm. Äh, diese besitzen einen Betrieb, äh, das ist uninteressant alles. Diese ganzen Storys, ist völlig uninteressant. Einfach nur auf die Fakten gucken. Allerdings hat er auch mal wieder Ausreden. Äh, kurzfristig kann er nicht zu mir kommen, mein Bauchgefühl spürt seinen Rückzug. Äh, es triggert ungemein Verlustängste in mir. Ja, also ich kann ja auch mal den Verlustangstkurs, ans Herz legen, weil wann versteht, äh, entsteht Verlustangst bei Leuten, die nicht sicher sind. In der sicheren Beziehung entsteht fast keine Verlustangst oder Ausnahmefällen, so, ne. Also, die allermeiste Verlustangst entsteht mit Leuten, wo die aus Grund, wo die berechtigt ist, so, ne. Und, äh, ihr dürft dann nicht denken, ach, mein inneres Kind hat Verlustangst und ja, mein Papi hat mich doch nicht rechtzeitig aus dem Kindergarten abgeholt, sondern es einfach denken, what the fuck, lass das mal aus der Form im inneren Kind, warum empfinde ich Verlustangst? Vielleicht gibt's einen Grund, ne. Vielleicht ist er hier nicht safe und dann muss ein Gespräch geführt werden, so, ne. So geht's hier damit um, ne. Also, ja. Ich spreche hier an, ob alles okay ist. Ja, super. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hätte das Gefühl, ich verliere ihn. Ja. Er reagiert darauf, er genervt, du meinst, ist da alles gut? Was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Alles ist gut. Er ist übersetzt, nervt nicht so rum, ne. Doch diese Fragen machen ihn verrückt. Ja, genau, haben wir schon. Ich soll das doch bitte lassen. Ja, aber ja, gut übersetzt. Ja, genau. Jedoch ändert es nichts, sonst sei immer kälter während des Verhalten. Mehr musst du nicht wissen. Und dann geht hier einfach und dann braucht es Trainerskompetenz. Die muss man lernen, verstehe ich absolut. Habe ich keinen Bock drauf. Das war's, ne. Wenn du mich richtig daten willst, kannst du dich ja wieder melden. Habe ich keinen Bock drauf. Und das ist der Punkt, wo ihr rausgehen müsst. Da braucht ihr diese gewisse Kälte für. Sonst, also, ja, das ist zu gefährlich. Sonst hast du wieder die nächste toxische Scheiße am Hals da, ne. Weil, warum soll es nach vier Wochen weniger werden, wenn dich jemand total gut findet. Das macht keinen fucking Sinn. Also, das heißt, du bist austauschbare Haken da an seinem Bettpfosten. Ja, das ist so, ne. Wenn du jetzt das Gleiche suchen würdest, wäre es ja auch egal. Aber du suchst ja was anderes, ne. So, also, er ist genervt. Irgendwann bin ich skeptisch und tue etwas, was ich noch nie in meinem Leben getan habe. Siehst du, wie du jetzt leider vielleicht schon wieder ein bisschen die Kontrolle verlierst. Das ist alles keine guten Zeichen, ne. Ich durchforste sein Handy und bam, er ist auf Tinder angemeldet und das schlucke ich immer noch herunter. Warum schluckst du das herunter? Also, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder, du hast es nicht angesprochen. Ne, du hast gedacht, wenn wir hier rumrödeln, irgendwie fünfmal die Woche, dann sind wir doch zusammen oder nicht? Ne, das kann man heutzutage, kannst du von nichts ausgehen, von gar nichts. Und das heißt, entweder du hast es nicht angesprochen. Da muss man sagen, ja, das ist auch deine Verantwortung, dass du es nicht angesprochen hast. Oder du hast es angesprochen. Sorry, dann ist der Typ, du musst der Typ sofort raus sein. Sofort, sofort. Haus, vorbei, angelogen. Einmal richtig angelogen, das war's. Dürft ihr, dürft ihr euch ja mal keine zweite Chance mehr geben. Leute, bitte. Echt, ihr müsst, ich sag's fast in jedem Video, ihr müsst endlich strenger werden. Wirklich, ey. Einmal angelogen und bist raus. Boah, ekelhaft, ey. Was er dort treibt, habe ich dann auch nicht nachgesehen. Ich gehe mal von nur schauen aus. Warum? Warum? Warum denn von nur schauen? Also, aber ich höre so ein bisschen raus, dass du es nicht thematisiert hast. Also, dann nimmst du einfach, ich meine, Dating ist Erfahrungssport. Ne, man muss alles lernen. Du bist vielleicht relativ neu, da ist ja alles gut, ist ja alles nicht schlimm. Aber wirklich, dann schreib dir auf, dass du sofort thematisierst, ob denn jetzt weitergedatet wird. Wirklich, ihr seid ja erwachsene Menschen. Such das Gespräch, ne? Aber ich glaube nicht, dass er nur schaut, habe ich gesagt. Doch, ich finde auch Nachrichten an seine Ex, wie sehr ihm alles leidtue und dass er Tag und Nacht an sie denke. Leute, ey. Also, da schreibt niemand, der halt so kopf und nicht verliebt ist. Das ist ja wohl klar, ne? Ja, was soll man dazu sagen? Lass ihn, lass ihn seinem ganzen Kram, sagt, was ihr dann sagen müsstest, du, räum dir erstmal dein Leben auf, dann kannst du ja wieder melden. Ich, 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 ich habe da einfach keine Zeit für. Ich habe keinen Bock zu, habe keine Lust irgendwie, ähm, weiß ich nicht. Das bringt es einfach nicht, ne? So, äh, ein Schlag für mich und ich spreche ihn sofort drauf an. Er sagt nur, die Geschichte sei vorbei und sie hat längst einen anderen. Ja, offensichtlich ist ja, was, was, was interessiert das, was er jetzt sagt. Ihr müsst auch mal, du und alle anderen aufhören, diese Geschichten. Diese Geschichten sind völlig uninteressant. Es erzählen nur die Fakten, die Geschichten drumherum. Es ist total uninteressant. Es ist völlig uninteressant. So, guckt euch Olympia, Olympia an. So, jetzt jemand, äh, was weiß ich, läuft statt 10 Sekunden auf 100 Meter läuft 9 Sekunden. Ja, interessiert das irgendjemand, ob der, ob ihm der Fuß weh getan hat oder ob, ob er ausgerutscht ist oder ob er nicht aus dem Startblock gekommen ist? Interessiert keine Sau. Es interessiert nur die Zeit. So ist Dating auch, ne? Ja, du kannst dich nicht entscheiden, schreibst mit einer Frau und bist raus, fertig, ne? Es sei denn, ihr wollt selber was Lockeres haben. Dann ist ja auch, oder, oder, was weiß ich, Freundschaft plus oder offene Sachen, ja, dann macht er das, ne? So, äh, danach verlässt er empört meine Wohnung, schwer enttäuscht von meinem Vertrauensbruch. Also, das sind alles Sachen, da will ich euch gar nicht haben, so bei so Handy durchsuchen. Also, deswegen, ich würde euch wirklich gerne euch alle coachen dahin, dass ihr viel früher geht, fühlt, dass wo sowas gar nicht passiert, so, ne? Also, es reicht, also alles bis dahin, es reicht einem nicht zu sagen, boah, da ziehe ich mich lieber raus, so, ne? Und das Ego hält dann häufig fest, wenn man den Typen hot findet oder ich weiß nicht, ähm, es ist immer das Gleiche, ne? Aber, pff, weil, klar, jetzt kann er wieder sagen, warum, wie kannst du mein Handy durchsuchen? Und, und, das ist leider auch, ich sage es ganz ehrlich, ich bin hundertprozentig ehrlich immer, dass es nicht eigene Spielfläche sauber halten ist, kannst du natürlich sagen, ich habe ja was gefunden, also habe ich es mit Recht durchsucht, ja, aber du hast, du hast, du hast kein Recht, sein Handy zu durchsuchen, sorry, das ist seine Privatsphäre und schon hast du, äh, klar, hast du natürlich was gefunden und noch mehr Gründe, ihn nicht mehr zu daten, aber er kann natürlich jetzt sagen, sag mal, geht es noch, dass du mein Handy durchsuchst, irgendwie, also, es hat er auch was gegen dich in der Hand und das, das wollen wir alles gar nicht, so ein Kram, ne, aber es ist sowieso völlig, der Drops ist völlig gelutscht hier an diesem Punkt, ne, es ist einfach, das Pferd ist tot, das Pferd kann nicht mehr geritten werden, es ist hier gerade zusammengebrochen, so, ne, das Beziehungspferd, Beziehungspferd, so, ähm, so, nun mache ich wohl die größten Fehler, ich entschulde mich hundertfach und hole ihm nach, bis er eine Woche später erzählt, wie er zurückkommt, so, ja, es ist, also wie auch immer ihr dahin kommt, dass ihr sowas nicht mehr macht, aber das, 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 was du eben jetzt signalisierst, ist, dass du ein Thema hast mit Selbstrespekt und dass er dich, er hat jetzt eigentlich gelernt, er braucht dich eigentlich nicht respektieren, so, ne, und, und das, ihr wollt nie an diesen Punkt kommen, wo ein Mann oder auch eine Frau von euch denkt, sie brauche ich nicht respektieren, das darf einfach nicht passieren, ne, also dann passiert immer mehr Mist, irgendwie, ne, so, also ich verstehe, ich verstehe das absolut, das, aber das zeigt einfach, entweder, dass man noch an sich arbeiten muss, ähm, dass man einfach kühler wird, ne, oder dass man doch nochmal genau überlegen muss, was täte ich eigentlich für Menschen, oder, 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 ne, oder dass man so wenig Trennungskompetenz, hat, aber das ist definitiv Zeichen vom Universum, dass du da an dir arbeiten musst, so, ne, sowas sollte, ich meine, es passiert jeden Tag, äh, ich will auch, ich habe, ich habe es ja zwischendurch erzählt, was, wie viel Scheiße ich gebaut habe, in meinem Dating, aber da wollt ihr wegkommen, von diesem Punkt, von diesem Punkt willst du wegkommen, das kann ich dir sagen, so, ne, äh, weil ab jetzt geht es, kann ich jetzt schon, geht es garantiert nur noch bergrunter, ne, so, und es kommt noch so viel E-Mail, oh Gott, was kommt jetzt auch, ähm, er betitelt mich als Dickschädel, doch, dann sagt er, äh, ich, er habe gehofft, ich bringe ihn weg, von ihr, und mit Tränen in den Augen meinte er, mach nur weiter, du machst das schon richtig, ich hasse, sorry, ich hasse diese blumige Sprache, ich weiß, vielleicht gefällt euch das, ich hasse sie, ich hasse sie, so oft in diesen E-Mails, diese Sprache, oh, es folgen Hochs und Tiefs, auch das wollen wir nicht, Träger, vielleicht hast du auch, eine Drama-Neigung, guck mal, die Drama-Challenge, Anti-Drama-Challenge, wenn du Hoch und Tief suchst, unbewusst, ziehst du genau sowas an, ne, also man, er schafft sich das immer so ein bisschen selber, leider, das ist immer das Problem, weil es sehr emotional verfügbar, mal abweisen und kalt, dennoch, jetzt vor allem immer öfter bei mir zu Hause, meine Verlustangst ist aber trotzdem ständig präsent, ja, warum, weil es eine heiß- und kalt-Beziehung ist, wir brauchen wir da nicht wissen, hätte ich auch Verlustangst, also, 100 pro, also, das steckt mich mit der falschen Frau zusammen, habe ich auch Verlustangst, das ist so, da muss man auch, da muss man auch gar nicht tief geraten, das ist eigentlich total simpel, grübelzwang, habe ich aus der alten Beziehung aufrechterhalten, ja, grübelzwang, grübelzwang, du datest Männer, über die man grübeln muss, also, weißt du, also, was soll man dazu sagen, ne, guck doch mal, such den Fehler, doch mal da in der, deinem Beuteschema, vielleicht, so, es gibt Menschen, über die muss man nicht nachgrübeln, ne, ganz bestimmt, so, von der Vernunft her, ne, wo bin ich jetzt, zieht praktisch bei mir ein, das ist erstaunlich, hätte ich jetzt nicht gedacht, hat auch ein bisschen mitgeholfen bei mir, von der Vernunft her, ein Traummann, also, wo das hier ein Traummann ist, sorry, erschließt sich mir gar nicht, aber gut, wäre er nicht emotional so ein harter Brocken, immer wieder frage ich ihn, ob er mich liebt, na, das tut weh beim Vorlesen, immer wieder ein Genervtes, natürlich, und ja, und der Vorwurf, warum ich das denn nicht spüre, und wir reden hier jetzt nicht von einer 20-jährigen Beziehung, wir reden auch nicht von einer 5-jährigen Beziehung, wir reden auch nicht von einer 1-jährigen Beziehung, wir reden hier mal gerade von 100, 200-Tage-Grenze, vermute ich mal, da wird man so einen Scheiß nicht haben, natürlich kann das irgendwann mal kommen, aber doch nicht gleich am Anfang, dass er mich selten umarmt, kuschelt und küsst, findet er normal, es dauert Monate, bis er sich mit mir in der Öffentlichkeit zeigt, das ist ein Typ, der heimlich auf Tinder war, ich weiß nicht, was du da jetzt erwartest, also, keine Ahnung, er hat jede Menge platonische Freundinnen, warum, warum habe ich das schon geahnt, platonisch vor allen Dingen, platonisch großgeschrieben bestimmt, die ich bis heute jedoch nicht kennengelernt habe, sorry, du lässt so viele Red Flags, bitte, mach Modul 1, du lässt so viele Deal-Wracker liegen, wenn jemand platonische Freunde hat, dann sagt er, prima, lass uns mal zusammen Abendessen gehen, wenn das nicht stattfindet, sind es keine platonischen Freunde, sind es Echsen, Frauen, die warm gehalten werden, Frauen, mit denen vielleicht sowas läuft, sorry, das ist wirklich Red Flag Alarm, des Grauens hier, es ist überhaupt kein Traum, gar nicht, ich halte es irgendwie interessant, wenn man auf Drama steht, aber, ich verstehe ja schon, das ist nichts Nachhaltiges hier, sorry, dass ich so drastisch bin, aber ich will einfach ehrlich sein mit euch, so, fast ja, bis er eine Familie kennenlernen durfte, immerhin, Wahnsinn, ein öffentlicher Beziehungsstatus, finde er kindisch, Leute, bitte, 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 macht Modul 1, wenigstens, bitte, 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 wirklich, Leute, kein öffentlicher Beziehungsstatus, gibt es Heimlichkeiten ohne Ende, warum macht man das, weil man Sachen parallel laufen lassen will, 1x1, der Manipulator, so, Nun, das habe ich mir offensichtlich Anbindungsängste geschnappt, ist mir jetzt klar, ja, dass ich nach 20 Jahren mit diesem Manipulator und einer nicht wirklich unbeschwerten Kindheit auch Anbindungsthema habe, ist mir auch klar, ja, also ich verstehe das absolut, es hilft nur nichts, wenn wir jetzt da Watte drum packen, also wirklich guck es dir an, schonungslos, das ist völlig in Ordnung, du kommst, ich kenne das, man kommt daher, wo man herkommt und dann kriegt man die Partner präsentiert, die dazu passen, so, ne, also sie ist einfach als Zeichen vom Universum, das jetzt mal aufzuarbeiten und, und, ich weiß auch gerne noch mal hin, auf den neuen Kurs, weil das wird das auch sicherlich beleuchten, Breaking Good, hier der Liebeschipp Trauma-Kurs mit kleinem Tee, diese ganze Scheiße, die man so erlebt hat, ja, irgendwann muss man die mal aufräumen, so, ne, und, ähm, naja, dass ich mit meinem ständigen Zweifel in Klammern und der Frage, liebst du mich, ihn total einträgert, ist mir auch klar, das ist einfach der falsche Partner, glaub mir, es ist, du müsstest bindungssichere Menschen daten und dann dich auch damit auseinandersetzen, dass du vielleicht nicht viel spürst und, und das könntest du mit dir dann arbeiten, aber mit dem kannst du das nicht bearbeiten, so, ne, na, der bestätigt ja nur deine, deine Bindungsängste so, ne, so, äh, ach, wir sind inzwischen schon anderthalb Jahre zusammen, boah, das hätte ich nicht, also hätte ich nicht gedacht, das muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass es überhaupt so lange funktioniert, also, gut, aber, äh, weiß nicht, weiß nicht, mittlerweile ist mein Betrieb schon ziemlich eingestiegen, also rein von der Vernunft her würde ich sagen, er möchte auch bleiben, würde mich nur sein emotionales Hin und Her nicht so fertig machen, ne, ich, also, ich weiß nicht, ich, also ich aus heutiger Sicht würde sowas ganz früh beenden, aber, ich muss natürlich letztlich da ein Leben, ne, ähm, mit ihm mal über Gefühle, Psychologie und so weiter sprechen, ist praktisch schon möglich, so wie ich ihn inzwischen charakterlich kenne, lässt er sich auch nicht umstimmen, ja, das nervt dann, ne, ja, meine S jetzt zum Bindungsängstler spricht ja eigentlich dafür, das nervt die auch, diese Gespräche, man will mal reden, 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 und die wollen das ja dann nicht, ne, aber man muss es, ist, weil man einfach nicht klarkommt damit, ne, da kommt man irgendwie nicht so richtig weiter, ne, er ist kein Typ, der gefühlsduselein, ne, aber am Anfang aber schon, ne, und, äh, laut ihm bin ich einfach nur das Problem, ne, also, also, wenn hier bei dieser Konstellation, wo er dich am Anfang schon gleich belogen hat und nicht mal öffentlich zu dir steht, bist du das Problem, ja, das ist, also, wenn das nicht, wenn das nicht hochproblematisch ist, dann weiß ich es nicht, ey, dann weiß ich es echt nicht. äh, nun zu meiner eiligen Frage, okay, wie hat unsere Beziehung eine Chance, also, also, ich, sowas darfst du mich nicht fragen, ich, ich, äh, für mich wäre das indiskutabel, sag ich ganz ehrlich, indiskutabel und ohne jetzt an ihn rumzuzerren oder jetzt einen riesen Fass aufzumachen, einfach sagen, ey, das bringt mich nicht weiter, sorry, äh, mit dir kann ich mich nicht weiterentwickeln, äh, du hast mich angelogen, stehst nicht zu mir, kein Bock drauf, dir Rekka, tschüss, ähm, also von daher, äh, ich weiß auch nicht, was man da reparieren soll, weil die ist, die Beziehung ist so, wie sie ist, und das wollte er dann jetzt machen, willst du jetzt ja zu einer Paartherapie rennen, also mit sowas, wo schon alle, wo die ganzen Basis eigentlich schon echt schwierig ist, weiß nicht, ähm, und ist nicht mehr so toxisch, ja, aber sie ist irgendwie, also toxisch ist ja, wenn man liebessüchtig wird, das kann ich jetzt, das musst du für dich mal, ähm, aber es geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, wenn du so viel drüber nachdenkst, weil ich auch schon grübelzwang gelese, also wenn das dich so liebessüchtig macht, dann ist es toxisch, und toxisch heißt, hasta la vista bei mir, ne, wie kann ich mich dieser, für mich gefühlten Krümelbeziehung umgehen, um vielleicht auch das nice, geile Leben inklusive einer halbwegs stabilen Beziehung zu finden, andere, Beuteschämme überdenken, andere Typen Männer, die hätten, gegebenenfalls war eine eigene Bindungsangst bearbeiten, alles da bei mir, passive Bindungsangst, Modul 9, Modul 4, kommunizieren tust du ja, du ziehst nur noch nicht die Schlüssel draus irgendwie, ne, nicht selbst emotional zu verhungern, doch ohne seine Bindungsangst zu triggern, das ist wie, äh, das ist, was Rundes ins Eck hier reinzuschieben, das funktioniert einfach nicht, das ist, also ich, könnte man nicht vorhandenen Ferrari drauf hätten, dass das nie funktioniert, egal was ihr macht, also wirklich, also klar, ich kann mich auch mal irren, aber eigentlich irre ich mich bei sowas nicht, aber das habe ich, weiß ich nicht, vor allen Dingen, warum kann man nicht jemanden daten, wo es gleich passt, wo die ganzen Probleme gar nicht aufkommen, warum muss man immer jemanden, also wenn man jemanden schon verändern muss, das ist einfach nicht der Richtige, das ist häufig so ein Thema, was man in der Kindheit schon hatte, dass man Mami und Papi verändern wollte, das bringt, das funktioniert einfach nicht, oder selbst wenn es funktionieren würde, wäre es so ein unglaublicher Aufwand, das ist einfach Quatsch, das ist so, aber letztlich bestimmst du das natürlich, mach du was für dich richtig, das macht eigentlich sowieso mal jeder, hast du das Gefühl, ich bin der toxische Part, nee, nein, du stehst ja, also du stehst zu ihm, du bist nicht heimlich auf Tinder, nein, bist du nicht, aber spielt keine Rolle, die Beziehung ist ja für dich, offensichtlich irgendwie toxisch, und dann ist leider das Urteil gefällt, aus meiner Sicht, und du jetzt sagst, nee, ist gar nicht toxisch, ich denke nur einmal die Woche, fünf Minuten drüber nach, oder so, okay, dann, aber, von hier ab werden die Probleme ja mehr, die werden nicht weniger, also, und ihr habt noch nicht mal einen festen Beziehungsstatus, also worauf will man da aufbauen, das ist, als wenn du ein Haus auf Sand baust, irgendwie, und wie gesagt, also ja, vielleicht ist er der toxische Part, aber du spielst ja mit, von daher ist es fast irrelevant, welche Rolle jetzt wer hat, du spielst mit, oder habe ich den nächsten am Start, der mich nur manipuliert, also es hört sich für mich leider ein bisschen so an, muss ich wirklich sagen, aber du kannst einigermaßen folgen, ich kann absolut folgen, jedenfalls besten Dank, manchmal im Voraus, dass du immer in unserer Beziehung, Voraus in der Hoffnung, dass du in unserer Beziehung eine Zukunft siehst, das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen schiefgegangen, aber zieh für dich raus, was du für dich rausziehen kannst, also, wie gesagt, ich bin nicht perfekt, keine Glaskugel, und wenn du meinst, ist das richtig für dich, dann mach das, ne, ich würde sowas nicht mehr machen, klar, man kann mal ein paar Wochen in sowas reinrutschen, oder so, aber wenn ich eine feste Beziehung haben wollte, no way, ansonsten schätze ich natürlich wie immer deine ungeschwimte Ehrlichkeit, das haben wir, glaube ich, hingekriegt, in diesem Sinne, fühle ich mich jetzt nicht getriggert, ich, ja, ich will dich einfach nur in diesen, in dieser halben Stunde, die wir jetzt hier hatten, möglichst viel weiterbringen, in diesem Sinne, was denkt ihr, schreibt es in die Kommentare, macht die folgenden Kurse, und wir sehen uns bald wieder, tschau, lieben. wir sehen uns bald wieder, jetzt schéma, Vielen Dank.